Arno, gratuliere für den Erzberg-Wing. Ein guter? Ein schwerer. Ein wirklich schwerer. Aber ich bin so glücklich, dass du diese Runde gewonnen hast. Es war immer ein Traum, um einen Red Bull Erzberg-Wing zu bekommen. Ich bin froh, dass du es in deinem Kopf hast. Ja, sehr gut gemacht. Ein paar Fragen über Red Bull Romainix. Es kommt bald. Ich bin gespannt. Ja, und wir sehen, dass deine Angelegenheiten sehr gut sind. Was ist deine Erzberg-Wing für dieses Jahr Romainix? Ich hoffe, dass wir wieder eine solidere Runde haben. Ich bin froh, dass ich da draußen bin. Ich bin froh, dass ich da draußen bin. Ich bin froh, dass wir nach Rumänien zurückkommen. Ich bin froh, dass wir einige gute Straßen fahren. Du kennst, das letzte Jahr der Motto der Runde war der Vertical Madness. Kennst du, was der Motto dieses Jahr ist? Nein, ich weiß noch nicht. Ich hoffe, dass es nicht zu verrückt ist. In Madness we trust. Ja, in Madness we trust. Ich denke, es wird ziemlich schwierig sein. Ich denke, es wird sehr schwierig sein. Und es gibt ein paar sehr interessanten Sektionen. Und ich denke, dass du es magst. Ja. Wir machen die Runde. Sorry. Hey, hey, watch out, watch out, watch out! Vielleicht noch eine Frage. Ja, noch eine Frage. Ja, wir wissen, wer in 2009 gewonnen hat? Ein Legend, ein Legend selbst! Es wird bestimmt ein ziemlich cooles Jahr werden. Und ich hoffe, dass ihr euch nicht zu verrückt machen. Aber ich bin froh, dass wir in Rumänien zurückkommen. Ja, okay. Wir sehen uns bald bald. Gut, Glückwunsch in der nächsten Sektion! Und dann sind wir schon in einem Monat bereit, wir werden dort auf den Rumänien-Trails sein. Wenn ihr noch nicht verabschiedet habt, müsst ihr das machen. Wir sind ausgelaufen. Ah, ihr seid ausgelaufen. Sorry, Leute, nächstes Jahr dann. Gold-Class. Gold-Class hat immer noch Platz. Aber ihr wisst, es gibt nicht zu viele Leute, die Gold-Class wollen. Das ist wahr. Aber perfekt, Leute. See you in Rumänien. Ciao. Good luck.